Und da ist er wieder! Und mir ist gerade eingefallen, was ich hier eigentlich machen wollte, ist zu dem bescheuerten Teich zu gehen. Norden war es so, glaube ich. Ja, sehr schön. Äh, Fülle, Krug. Okay, Liste, Wasser, ein Leuch, ein Seil, ein Krug, Wasser, ein Diamanten. Gut, jetzt kann ich Süden, glaube ich, gehen. Äh, Norden. Süden. Save the shit. So. Gibt es eine Richtung, wie ich durch dich gegangen bin? Also an dieser Wegbiegung, meine ich. Süden. Du bist auf einem schmalen Pfad, du siehst den schwarzen Ritter. Äh, Westen. Der Ritter Ladilos Graubart von Schwarzenegg lässt dich nicht durch. Norden. Süden. Süden. Westen nicht durch, okay. Also an Norden. Äh, Norden? Süden. 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 So. Also jetzt sind wir eigentlich gewappnet, äh, durch die Wüste zu kommen. Von daher, von daher, alles klar, hier sind wir im Wald, das ist nichts Besonderes. Und dann Steinbruch, auch nicht so doll. Süden, bis vom Haus der Hexe, Norden. Süden. Süden. Westen. Süden. So einen Dichtenwald, so, wo musste ich jetzt nochmal hin? Nee, Osten lege ich zurück. Norden? Ne. Süden. Ja, ich glaube Westen war es, ne, Westen, so, Westen, ach, fucking Nachtwaldtiger, ich können ausrasten, echt, jetzt habe ich verloren, ein Dolch, natürlich, Westen, Westen, Nimm Dolch, Tank, Norden, hä, wen ist hierhin gekommen, Süden, Süden, lässt mich nicht durch, alles klar, Affe, äh, wohin denn, Süden, Norden, Osten, gut, nochmal Osten, Osten, so, hast ein Dolch, ein Seil, ein Krug Wasser, ein Diamant, gut, äh, Süden, Westen, ein bisschen nahe Lichtenwald, du siehst nichts besonderes, dann war da glaube ich Osten, ne, äh, Westen, Süden, ja, und Westen, und Süden, und, ach, das ist zum Haus, Rosten, ähm, ja, ich weiß, ich habe was verloren, was habe ich verloren, ein Seil, Krug Wasser, einen Diamanten, ich brauche den scheiß Dolch, das weiß ich hundertprozentig, ah, nee, das war falsch, Süden, Westen, so, Süden, nimm, fucking Dolch, nochmal Süden, du bist im Sumpf, gut, Gehe, Baum, Stamm, sehr schön, jetzt bin ich in der Wüste, trinke Wasser, das Wasser erfrisch dich, gut, äh, von wo kamen wir, wie man mal Osten, äh, Gehe, Baum, Stamm, gut, Westen, du siehst nichts besonderes, Süden, du bist vor den Auflatern alles gebiertes, du siehst einen riesigen Zyklopen, hä, gib, also hier weiß ich gar nicht mehr, was ich tun muss, gibt Diamant, okay, nimm Diamant, okay, ich save noch, okay, äh, Schau, Zyklopen, Schau, Zyklopen, siehst einen riesigen Zyklopen, Schau, der Ausfall eines riesigen Gebirges, du siehst einen riesigen Zyklopen, Norden, Süden, 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 der Zyklopen lässt niemanden in das Gebirge, Osten, aber, du bist in einer Höhle, du siehst eine Inschrift an der Wand, wird, PM plus RQ, ich sag mal, Tro-Vu-Re-Buats, irgendwann wird es noch was bringen, äh, Hilfe, so, die wichtigsten Verben sind, Nimm, verliere, gib, schau, Liste, Punkte, gehe, trinke. So, load, save, bitte an, bitte aus. Save den Shit. Schau, jammernd. Du siehst einen Diamanten, schön. Schau, Dolch. Du siehst einen Dolch. Schau, Krug. Du siehst einen Lernkrug. Schau, was habe ich noch, Seil. Du siehst ein Seil. Hammergeil. Liste, Lernkrug, Dolch, Seil, Diamant. Okay, wo kann ich hin? Schau, In-Schrift. Du siehst eine In-Schrift an der Wand. Ja, was? Alles klar, Westen. Ich kann keine riesigen Zyklopen nehmen. Äh, gib, Seil. Okay. Okay. Ich habe nichts gebracht mit dem Seil. Westen. Berichtung ist nicht möglich. Äh, schau. Westen. 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 Hier, Baumstamm. äh, Westen Westen du siehst es an Skorpion äh Osten Süden so kann ich dem irgendwas geben? also Diamant würde ich ja ja, aber nicht kampflos im Diamant so, ich save mal und benutze nicht benutze sondern benutze durch was meinst du mit benutze? gib durch ok nimm durch greife an das wird gegen noch mal Hilfe nimm, verliere, gib, schau liste, Punkte, gehe, trinke trinke durch das weiß ich trinke Seil ich muss nicht möglich schau mhm gib Zyklop Diamant du hast nicht du hast nicht gib Diamant an Zyklop ok lässt du mich jetzt durch nimm diamant ok geh zyklop das verstehe ich nicht das verstehe ich nicht ähm cancel was meinst mit cancel DOLCH 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 wofür habe ich ein DOLCH, wenn ich ihn nicht benutzen kann gib DOLCH DOLCH nimm DOLCH verliere DIAMANT ok nimm DIAMANT schau keule schau auge rede zyklop besteche zyklop zyklop ich habe beim zyklop keine ahnung mehr was ich machen muss wo kann ich noch mal hin mhm non ok süd süd ostland so alles klar Höhe inschrift an der Wand lese in schrift du oh du liest dieses Abenteuersspiel ist von PM und AQ schön DOLCH 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 was bringt mir das ha ich nehme mal ne Pause ok ok habe eine spontane Idee das habe ich nicht ok muss ich irgendwo finden ich habe so ein bisschen mit einem halben Auge in eine Lösung geguckt und äh ja was soll ich sagen ich muss weit 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 zurück Norden äh Westen Osten Süden eh falsch Norden Westen eh Osten Süden nein verdammt Norden Westen Osten 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 Norden Nachtwald Norden Norden Nachtwald Norden Nachtwald Osten gut du bist auf einer Wiese Frage ne warte mal genau ich glaube so war das Ja du bist auf einer Wiese Auf der ein Kobold herumtrollt, er pfeift eine Melodie, du siehst nichts besonderes. Wunderschön. Als Kind hörte sich das viel epischer an. Naja, er sieht auch so scheiße aus. Frage Kobold. Einfach mal. Niemand hilft dir. Wie im wahren Leben. Norden, du bist in einem dichten Wald. Norden, siehst du eine fucking Zwiebel. Westen, wir kreuzeln siehst nichts besonderes. Hier save ich den Schild. Westen, Wegbiegung, Norden. Gut. Verliere alles. Es gibt nämlich weitaus mehr Befehle, als in der Hilfe gesagt wird. Dann mache ich schwimme Insel. Wenn ich nicht alles verloren hätte, würde ich gleich ersaufen. Du bist auf der Felseninsel, du siehst ein Schwert. Und jetzt... Trovre... Boaz. Was? Ach so. Sage. Glaube ich. Trovre... Was? Das Schwert ist frei. Nimm fucking Schwert. Yeah. Okay, und schwimme ich zurück. So. Nimm. Äh, ich glaube den Deutsch brauche ich nicht mehr. Krug. Krug. Und... Weil. Und... Diamant. So. Okay. 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 Liegt hier noch irgendwann? So. Siehst du einen Deutsch und Wasser brauche ich nicht. So. Save den Shit. So. Wo war nochmal Ladislaus hier? Ne. War falsch. Äh... Süden glaube ich. Ja. Ja. Lieber der Befehl nochmal. Kämpfe. Sieh Schwert oder so. Ne. Ne. Von meinem Zuhi. Sieh Schwert. Was meinst du mit Zieh? Okay. Einen Moment. Ich muss noch mal gucken. Schlage. Ritter. Du schlägst mit dem Schwert zu. Das magische Schwert verjagt den schwarzen Ritter. Sehr schön. Schau. Save. Was muss ich save hier? Okay. Jetzt kann ich ja dann nach Norden gehen. Ey. Falsch. Süden. Süden. Wie komme ich denn jetzt in den Nachtwald? Verarschen oder was? Okay. Alles klar. Ich lade wieder. Aber von hier aus komme ich in den Nachtwald. Du wirst in einem verlassenen Dorf. Die Tür eines Hauses steht offen. Du siehst nichts besonderes. Geh... Haus. Du bist in einem verfallenen Haus. Du siehst einen alten Mann. Er schnitzt an einem Stück Holz. Frage. Mann. Niemand hilft dir. Okay. Hier kann ich mich gar nicht dran erinnern. Nimm Holz. Ich meine Holz. Was meint mit Holz? Ja Holz. Halt. Halt. Schau. Okay. Kaufe Holz. Holi. Ja. Was meine ich mit Holi? Das Stück Holz. Ja. Kann ich sonst irgendwas machen? Ja. Kann ich sonst irgendwas machen? Ne. Ne. Du schlägst mir ein Schwert zu. Der Mann verlässt fluchtartig das Haus. Sehr schön. Schau. Du siehst nichts besonderes. Nimm. Kerze. Kerri. Fälscher. Kann man nichts schreiben hier? Das ist alles. Nimm Kerze. Was meinst mit Kerze? Nimm. Stück. Holz. Was meinst mit Stück? Schau. Du bist in einem verfallenen Haus. Du siehst nichts besonderes. Noch nicht mal mehr Holz. Okay. Alles klar. Hm. Okay. Können wir nach Osten gehen? Hm. Okay. Können wir nach Osten gehen? Das ist alles klar. Herz. Du hast es nicht. Du siehst.